Hallo Bettina, hallo Jürgen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass wir den Preis Beste Handwerker Kölns gewonnen haben. Und freuen uns natürlich ganz besonders, das Preisgeld an euch überlegen zu können, an den Verein Köln-Beweg. Damit das Preisgeld fort bleibt und ihr damit etwas Schönes zaubern könnt. Und tatsächlich zaubern wir damit und wir singen damit. Danke auch im Namen der Kinder und dem ganzen Verein. Vielen Dank an euch. Und wir danken unseren Kunden, dass sie so fleißig für uns abgestimmt haben und dass wir diesen Preisgeld gewinnen wollen. Tschüss. Musik Musik